Die Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft haben sich vor dem WM-Spiel gegen Japan geschlossen den Mund zugehalten. Nach den vom Weltfußballverband angedrohten Sanktionen für das Tragen der One-Love-Binde protestierten die Spieler um Kapitän Manuel Neuer in Doha nun auf diese Weise gegen das Vorgehen der FIFA. Neuer verzichtete wie erwartet auf das Tragen der Binde. Einer der Schiedsrichterassistenten prüfte unmittelbar vor dem Abpfiff an Neuers Arm, ob dieser sich an die Vorgaben des Fußballverbands für die WM in Katar hält. Die europäischen Fußballverbände hatten kurzfristig entschieden, wegen der Drohung der FIFA mit Strafen für die Spieler auf das Tragen der Binde mit dem Vielfalts-Slogan zu verzichten. Der Deutsche Fußballbund prüft deshalb rechtliche Schritte.